Die Entstehung einer Kollektion ist für mich immer eine ganz kreative Reise zu mir selbst. Mein Name ist Rebecca Ruhetz, ich bin Modedesignerin. Die Kollektion ist inspiriert von diesem Zustand des Seins, der eigentlich Kreativität notwendig macht. Wie stelle ich meinen, diesen Geist oder diesen kreativen Zustand, den ich fühle, in einer Form dar? Man findet viele Kreise in meiner Kollektion, das ist für mich auch die Form des Ganzseins und ich habe auch versucht, eine gewisse Transparenz mit meinen Stoffen reinzukriegen. Ich habe viel Spitze verwendet, weil Spitze ist für mich durchlässig, weil auch dieser Zustand durchlässig ist. Ich habe Texturen von ganz hart, ganz dicht, ganz fest bis hin zu total durchlässig und transparent. Und beides zusammen gibt für mich wieder ein Ganzes, ein Rundes. Für mich auch eine ganz neue Art zu designen, weil ich normalerweise eine Idee oder eine Vision habe und die umsetze. Und dieses Mal war es ein Gefühl, das ich verbindlichen wollte. Ich bin ein Teil von dir, ich bin ein Teil von dir, dass du manchmal reingekommen kannst, und zwar kannst du nicht ohne mich existieren, für ich bin dir und du und ich bin ein. Ich bin ein Teil von dir. Untertitelung des ZDF, 2020